Wir sind heute nicht Fan von einer Mannschaft, sondern wir machen Auge. Doch, wir sind Fan von der Schweiz. Schweiz! Oh, okay. Es fängt schon mal gut an bei der Schweiz. Die Schweiz und Brasilien gegeneinander ist auf jeden Fall ein Top-Spiel. Was passiert hier? Ich schalte einen direkten Tor von Vinicius Junior fast. Oh mein Gott. Jan Sommer! Der einer, wirklich einer der besten Torhüter der Welt. Man kann sagen, was man will, Chad. Ich bin heute in Schweizer, Chad. Ich bin heute an Al-Banner. Wir supporten die Schweiz heute gegen Brasilien. Macht euch bereit für die Schweizer Nationale im Chat. Schweiz! 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 Brasilien hat heute keine Chance. Brasilien hat einen zu guten Gegner. Und viele unterschätzen die Schweiz. Meine albanischen Brüder. Da ist die Schweiz. Mit dem Konter. Marquinhos hat den Bein dazwischen. Schön, Schweiz. Schön. Schön nach vorne drängen. Schön. Wow, schön. Rodriguez und Flanke rein. Oh! Ja! Nein! Nein! Wer ist das, Chad? Wer ist das? Der hat das voll gut gemacht. Wer ist die Zehn aus der Schweiz? Vagas! 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 Komm schon, Vagas! Komm schon! Oh, Sommer! Sommer! Wow! Vagas! Chattatakanji! Stimmt! Oh! Oh mein Gott! War das knapp! Es ist Ecke, es ist Ecke, es ist Ecke, es ist Ecke. Oh! 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 Fass uns auch. Wow, Sommer! Wow! Was ist Sommer für ein Biest, Chad! Okay. Vagas! 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 Spiel durch! Da ist dieser Schwarze! Der Schwarze Schweizer! Oh! Wie heißt der Mann? M-Bolo! Okay, ist Halbzeit, Chad. Ist Halbzeit. Ein Ball ist an! Ja! Nein! Nein! Oh! Das war echt knapp! Es ist immer noch dabei! Sof! Ja! Nein! 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 Vincentius! Fuuuuck! Fuuuuck, Chad! Maaannn! Das ist nicht gut! Das ist wirklich nicht gut! Wirklich nicht gut, Chad! Fuuuuck! F in den Chat, Brasilien mit einem Kacktor! Und guckt mal, wer mich anruft! Gar kein Bock ranzugehen, Chad! Ich sag euch ehrlich! Gar kein Bock ranzugehen, Chad! Ich höre nichts! Wallahi, diese Stille, wenn Menschen ruhig wird erstarrt, liebe ich, weißt du, was? Wenn Mux Möchen still ist! Nerf nicht, Bilal! Nerf nicht! Ciao! Du wirst sehen! Du wirst sehen, wer die Wette gewinnt! Er wird sehen, Chad! Was ist das, Chad? Ist das ein Tor? Es war kein Tor, Chad! Kein Tor! Kein Tor! Ja! 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 Und das ist Bilal weg! Kein Tor! Let's go! W ist in den Chat! Ha, Brasilien? Was ist denn los, Brasilien? Was ist denn los? Nein, war kein Foul! Was? Wo war das ein Foul? Vincentius ist einfach hingefallen! Kein Foul von Akanji Sip gesehen! Kein Foul von Akanji! Wichtig, Schweiz! In den Zweikämpfen sehr gut! Die Schweiz kann Frankreich, dann kann Schweiz auch Brasilien! Die Schweiz hat Frankreich aus der EM geworfen! Dann kann die Schweiz auch Brasilien aus der WM werfen! Oder halt besiegen in der Gruppenphase! Wenn in den nächsten 18 Minuten kein Tor passiert, ist es besser als wenn für Brasilien ein Tor passiert! Aber komm schon, Schweiz! Ein Tor! Mehr brauchen wir nicht! Nein! Brasilien wechselt! Brasilien wechselt, Chad! Ansoni! Der Bayblade! Wir haben den Bayblade eingewechselt! Oh nein! Schweiz! Bitte auch wechseln! Schweiz jetzt! Bitte auch wechseln vorne! Wir brauchen auch frische vorne, Schweiz! Wir brauchen auch was frisches! Er dreht sich! Er flankt ihn rein! Schweiz kann ihn aber rausköpfen! Weiß ich nicht, ob Vinicius sich da nicht einfach fallen lässt! Steh auf, Vincentius! Brasilien darf kein Tor mehr schießen in den letzten 10 Minuten, Chad! Einfach kein Tor für Brasilien! Dann bin ich froh! Dann bin ich ein froher Mann! Nein! Oh! 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 Sommer! Sommer! Holt euch den Ball! Lasst Brasilien da nicht so viel rumpassen! Das ist das Problem! Ja, da tanzt Vinicius schon wieder! Vinicius tanzt! Passt ihn! Fuuuck! Fuuuck! In den letzten 10 Minuten! In den letzten 10 Minuten, Chad! Warum? Warum? Fuuuck! Nein! Nein! Wieso? Es waren noch 8 Minuten, die Schweiz durchhalten musste! 8 verkackte Minuten! Auf Brasilienflaggen! Reinzuschreiben! Ich bin rausgegangen, Chad! Ich bin rausgegangen! Fuck! Hört auf Brasilienflaggen! Bitte! Ihr seid mein Chat! Ihr müsst mich supporten! Nur Schweizflaggen! Nur Schweizflaggen in den Chat! Komm schon, Albanstan! Komm schon! Skiptare! Wechselt Shaqiri ein! Nein! Schweiz ist selber schuld! Wenn sie nicht Skiptare Shaqiri einsetzen! Nein! 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 Oh! 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 Puh! Digga! Schweiz! Das war zu einfach! Das war viel zu einfach! Akanji! Ohne Akanji wäre das jetzt ein 2-0 gewesen! Defensiv waren die echt gut, die Schweizer! Finde ich! Ist aber noch nicht vorbei! Letzter Konterversuch! Schweiz! Komm schon! Er flankt ihn durch! Er kommt nicht an! Fuck! Fuck! Das hätte es sein können! Das hätte es sein können! Sie führen gegen die Schweiz! Und sie gewinnen dieses Spiel! Sie sind im 8. Finale! Spiel ist vorbei, Chat! El in den Chat! El in den Chat! Mit 1-0! Mit 1-0! Mit 1-0! Mit 1-0! Chat! Fahr! Gut! Ah! Ha 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 ha! !